Es ist wieder Weiß, die Nummer 22, hier ist Ohne! Es ist ein Weißes, so viel kann ich erkennen. Das ist mein Nachthemd. Damit ist Diverses schon passiert. Und ich habe auch schon einen Abnehmer. Wo ist er hin? Wo ist Alfred? Hat er Angst? Na gut. Ja okay, dann darf es einer von euch haben. Also, wir versuchen das mal hier. Schießen kann ich eigentlich. Schauen wir mal. So, also das Nachtshirt von Ole. Und es ist schon einiges damit passiert. Alles andere stellen wir uns vor. Na ja, sagen wir mal so. Blauen Flecken kann es vielleicht geben. Wir brauchen den ja auch nicht mehr. Schade. Das war jetzt natürlich für dich wahrscheinlich eine herbe Enttäuschung, Ole, dass der Trainer das Geschenk gleich wieder weitergegeben hat. Das besprechen die jetzt nochmal. Als nächstes. Als nächstes.